Ja hallo, es wird gerade Tag. Wollen wir uns aufmachen? Wir müssen uns erst mal einmal orientieren. Wir müssen nach Lambda 2. Das ist dort. Norden, ich müsste nach Osten. Jetzt ist die Sache, wo genau befinden wir uns? Müsste noch da laufen. Müsste ja an sich hinbekommen. Gut. Rockengestelltee. Hallo. Mia? Du bist da? Jake? Oh mein Gott, ich bin hier schrecklich. Warum bist du silent? Was ist passiert? Batterie ist tot. Ich musste es schocken, und wir können nicht lange sprechen. Juste erzählen mir, wo du bist. Ich werde dich irgendwie finden. Ich? Ich habe gesagt, ich bin sicher. Ich bin sicher. Wir fokussieren auf dich, okay? Report alles. Ich werde immer hier für dich, wenn du musst. Das Dorf habe ich gefunden. Mia, ist es noch etwas, was du mir erzählst, was du mir über meine Erkrankung erzählst? Ich weiß, aber... Okay. Okay. Und bevor du dich aufhörst, äh, ich trank Ayahuasca. Du kannst mich daran erinnern, unsere ersten Tage hier, wenn du in der Stadt gekommen bist. Was? Was? Jake, nicht mehr so wieder. Es ist gefährlich. Außerdem, nicht alles, was du sehen, unter der Influenz, ist wahr. Aber, hast du in der Stadt gebracht? Ja. Und du warst in der Ritual. Das hat nichts verändert. Ich... Ich bin Angst, was du sehen kannst. Ich bin Angst, aber ich muss wissen, was passiert. Mia. Mia? Mia. Ich habe ein Tribal Warrior. Du wunderschön. Was ist passiert? Er hat mich. Oh mein Gott, bist du okay? Ich habe ihn, Mia. Ich musste. Ich habe nie... Mia... Wunderschön. Du kannst es nicht mit dir kommen. Ich bin froh, dass du noch жив bist und mit mir sprachst. Du bist richtig. Aber ich bin Angst, dass es wieder passieren kann. Was, wenn es mehr gibt? Ich denke, einfach über mich zu denken. Du musst für mich überleben. Du musst für mich überleben. Das ist Norden. Ja, das ist Osten. Das ist klar. Eine Klapperschlange. Ich bin froh darüber. Was ist nicht? Wie soll ich da hochkommen? Ähm, Mia? Ich bin ungefähr mit der Lambda-Location. Aber ich kann nicht da in´s kommen. Ich meine, es gibt einen Weg hin, aber die Klappen haben geschnitten. Ich bin froh. Okay, kann ich was bauen? Wir prüfen den Ort, ist klar. Erfreulicher Gegenstand, jetzt bin ich hier wieder voll. Ähm, Harz. Ist das überhaupt was? Okay. Climbing Gear. Map. Müsste ich hier... Hier. Hier bin ich gerade. Climbing Gear. Das ist richtig schön. W-W-W. 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 W-W-W-W. Oh, oh. Oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ungraat. Игар. Ich habe ein Speer. Schwacher Speer. Ist der andere schon kaputt? Kleiner Stock. So. Ähm. Gut. Auch Kletterausrüstung. So. Ist hier irgendwas? Riesenader. Sag jetzt, ich muss anfangen mit Schmieden. Was ist eigentlich mein nächster Eintrag? Um den Wurfhaken zu finden. Wo finde ich hier diese Wurfhaken? Das ist ja ein Krampf. Was schleppe ich denn immer mit mir so viel rum? Das, das, das. Wo könnte der Wurfhaken sein? Ich überlege euch, wenn ich schon ein Bett baue. Ist alles. Warte mal, dass ich mich hier auf ein Bett hinschmeiße. Ähm. Kann ich hier aufbauen? Ja. Ich muss mich hier erstmal wieder ein bisschen heimisch machen. Aber ich muss mich waschen. Jedenfalls eine Runde schlafen kann. Waschen. Dreckig. Oh Gott. Meine Energie sinkt immer weiter. Ähm. Ne. Ich könnte ein Feuer gebrauchen. Ne, das war ja. Ich gehe drunter. Oh. 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 Stein. Vier Stück. Oh, nein! Du musst mich schreien. Können wir nicht ein einfaches Schilder bauen? Was war es denn da? Was war das Schild da? Acht Stock, drei langer Stock, ein Seil, ein Blatt. Ich muss mich jetzt mal hier ein bisschen heimisch machen. Oh, noch ein Stock. Noch irgendwie ein Stock. Ja, ja. Geht nicht, was? Ähm... Rucksack. Dünnes... Dünnes Pflänzchen. Hier noch eine Axt bauen kann. Na, Stock. Ach, ich brauche noch ein paar. So, das Arsch voll Palmblätter. Da. Damit ich jetzt einfach mal zwischenspeichern kann. Mehr brauche ich das erstmal nicht. Hauptsache ich kann zwischenspeichern. Mehr Palmblätter. Haben wir noch was rumzufliegen hier? Ich muss hier so einen komischen Haken aussuchen. Waschen muss ich mir auch noch. Wir sind gar nicht so schlecht unterwegs. Waschen ist die Gefahr in der Infektionszeit sehr gering, ne? Ah, Klafen. Gehen waschen. Und, hätten wir das? Aber speichern können wir jetzt hier nicht dran, ne? Für Unterstand. Drecksvieh. So, wo hat er mich gekatscht? Ei. Äh. Rucksack, Rucksack, Rucksack. Hier, gib mir. Fuck. Okay, die ist Payne. Ist noch in Ordnung. Wo finde ich diesen Haken? Erlaubt es dir, das Spiel zu speichern? Das ist gut. Wie spät haben wir es? 14 Uhr. Wir können noch ein bisschen rumsuchen. Ähm. Viel trinken. Ich bin doch schon wieder mit irgendwas im Gange. Oh. Äh. Rucksack. Ich denke mal Baden. Ich habe ein bisschen Fieber. Äh. Haben wir noch was Ungekochtes? Essen. Stunden. Echt? Ist das nur noch 8 Stunden haltbar? 20 Stunden. 18 Stunden. Drei Stunden. Das sollten wir kochen. Ähm. Ähm. Come on. Come on. Come on. Come on. Dann ist das wieder ein bisschen länger haltbar. Das sollte ich länger halten. Banan noch einen Tag. 11 Stunden. 10 Stunden. Ich habe Fieber. Ja. Wahrscheinlich, weil ich es jetzt entzündet hat. Tagebuch. Fristwunden. Verbrannt. Stoppt die Blutung. Kann aber zu einer Affektion führen. Finde ich Ameisen. Bitte finde ich jetzt hier Ameisen. Ja, ich weiß, dass es die gibt. Aber gibt es die auf ihr... Ist die auf ihr einen Haufen? Ich weiß, dass wir so ein Ameisendingen suchen. Ich weiß, du brauchst Rast. Die haben schon wieder irgendeinen... Kack. Okay. Du wirst jetzt erstmal einmal schlafen. Okay. Hätten wir das. Gut. Fieber ist weg. Ich würde jetzt gerne einmal zwischenspeichern. Okay. So. Rucksack. Zu eins Lebensmittelvergiftung. Okay. Essen. So. Jetzt gehen wir was trinken. Rote Pilze haben wir noch. Oh, ist weg. Kann man nähen. Gut. Jetzt trinken wir erstmal einen Schluck. Wir haben es überstanden. Ja, ja, komm. So, wir sind relativ voll. Rüstung hat Schaden genommen. Das ist jetzt erstmal nicht das Problem. Hm. 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 Da sind zwei. Das ist ein Spawnpunkt. Da sind zwei. Das ist ein Spawnpunkt. Gut. Äh, Schlangenfleischbraten. Zack. Ein Tag. Noch neun Stunden. Das hält erstmal. Raden. Mach ich das aus. Okay. Ich hab wieder irgendeinen Scheiß. Scheiß. Kocht. Kocht. Okay. Wo finde ich jetzt den Wurfhaken? Hier. Entzünden. Hm. Na danke. Wo könnte der Wurfhaken sein? Da muss ich mir grad hier ein Seil basteln. Map. Müsst jetzt hier vorne irgendwo stehen. Hier brauche ich einen Wurfhaken, um zum Camp zu kommen. Und der Wurfhaken? Ähm. Wurfhaken zu finden. Ach, du Heirat. Ja, der Wurfhaken kann halt überall sein, ne? Dann müssen wir halt durch. Es fehlt mir jetzt nochmal meine Uhr. Ich hab eigentlich alles. So, wo gucken wir jetzt hin? Sind wir von hier gekommen? Ich muss hinhören. Hier ist irgendwie ein Vieh. Ah. Kannst, kannst hier hochklettern? Ne. Wo könnte der Wurfhaken sein? Das ist wie ein Seiler. Das reicht erstmal. Okay. Okay. Aufheben. Ähm. Trinken. Hey. Oh. Sammeln. Ich hab keinen Platz mehr im Winter. Was ist denn hier kaputt? Hey. Noch 17 Stunden. Müssen wir rüber gucken. Focknet. Keine Ahnung. Ich kann mal das sortieren. Y. Wow. Essen. 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 Eins, zwei. Lecke ich die Sonne auf. Das ist ein toter Papagei. Wo könnte der Wurfhaken sein? Ah, der Leopard kommt halt wieder. Unbekannte Frucht. Nehmen wir mit. Kann ich ein bisschen mein Wasserhaushalt ein bisschen regulieren. Ich höre doch was. Hm, Leute. Ich habe keine Ahnung. Ich will das noch einmal speichern. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wo könnte ich den Wurfhaken finden? Ich habe keine Ahnung. Bis zum nächsten Mal. Ciao.